Der Kalender Andalusiens hat viele interessante Fiestas und Feiertage. Zu diesen Anlässen kommt nicht nur die Vielfalt und Raffinesse des andalusischen Handwerks, seiner Gastronomie und Folklore zum Ausdruck, sondern auch der kraftvolle Charakter dieses Volkes. Die Karwoche wird in Andalusien in ganz besonderer Weise gefeiert und erlebt. An diesen religiösen Feierlichkeiten nehmen jahrhundertealte Bruderschaften teil. Zahlreiche Büßer geben während der Prozession den heiligen Figuren ihrer Kirche Geleit. Die Straßen verwandeln sich in Kirche und Museum, während Volksglaube und Hingabe die wertvollen Kunstwerke umgeben. Applaus Applaus Die sogenannten Passos oder Tronos sind üppig geschmückte Holzkonstruktionen, auf denen die Skulpturen befestigt werden, die verschiedene Episoden der Passion Jesu darstellen und von Laienbrüdern getragen werden. Musik Musik Manchmal brechen unter den Anwesenden Gefühle hervor, die in Saedas gefasst ausgedrückt werden. Dieser an Flamenco-Musik erinnernde Gesang wird zur Hundigung an die verehrte heiligen Figur gerichtet, wenn diese am Sänger vorbeikommt. Kunst und Spiritualität vereinen sich zu einem einzigartigen Erlebnis. Musik Im Frühling überfluten Frohsinn und Licht jede Ecke Andalusiens. Die Volksfeste jagen sich förmlich. Am verbreitetsten sind die sogenannten Ferias und Romerias. Die Ferias sind mehrtägige Volksfeste. Sie haben ihren Ursprung in den alten Landwirtschafts- und Viehmärkten und finden in einem abgeschlossenen, speziell für diesen Anlass errichteten Gelände statt. Dort werden Casetas genannte Buden aufgestellt, in denen sich Verwandte und Freunde treffen. Dort genießt man gemeinsam Speis und Trank, Gesang und Tanz. Musik Die Frauen tragen oft auffallende Flamenco-Kleider, die ihre Anmut und Schönheit betonen. Bei Tage wird man von der Eleganz und Farbenpracht des Pferdekorsos überwältigt, wo Männer und Frauen das traditionelle kurze Gewand tragen. Musik Reich geschmückte Kutschen sind das perfekte Verkehrsmittel, um sich zu zeigen und das großartige Spektakel der Feria zu genießen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Gleichzeitig mit den Ferias werden in den Städten auch Stierkämpfe abgehalten. Die Stierkampfkultur ist eng mit dem andalusischen Land verbunden, wo die bedeutendsten Züchter von Kampfstieren ansässig sind. Beim Stierkampf misst sich der Mensch mit dem Tier. Der Ritus wiederholt sich bei jedem Stierkampf aufs Neue. Der Torero tritt dem stolzen Stier der Mythologie entgegen und versucht, dessen Kraft unter seine Kontrolle zu bekommen und Kunst zu schaffen, nicht ohne dabei sein Leben zu riskieren. Ein einzigartiger Spektakel, das gegensätzliche Gefühle weckt. Die Andalusier besitzen eine große Sachkenntnis, was die Kunst des Stierkampfs angeht. Andalusien beherbergt die schönsten Stierkampfarenen Spaniens. Im Laufe der Geschichte hat dieses Land große Persönlichkeiten des Stierkampfs hervorgebracht, an die man sich als echte Legenden erinnert. Eine Romeria ist eine übers Land führende Wallfahrt, auf der die Wallfahrer die Figur der Jungfrau Maria oder eines Heiligen begleiten. Gewöhnlich handelt es sich um den Schutzheiligen des Ortes, in dem die Romeria gefeiert wird. Die Wallfahrt führt bis zu einer Kapelle, die normalerweise außerhalb des Dorfes liegt. Während der Romeria beten die Menschen, genießen das Zusammensein in der freien Natur und tanzen und singen in Verehrung der Heiligenfigur. Die bekannteste Romeria ist die der Birchen del Rofio, zu der sich Bruderschaften aus ganz Spanien und selbst aus ganz Europa treffen. Jedes Jahr kommen dabei mehr als eine Million Menschen zusammen. Olé, 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 olé Olé, 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 olé.